Das Lied handelt eigentlich davon, über Songwriting und dass es nicht immer ganz einfach ist, wenn wir irgendein Musik im Ohr nicht über einen Text schreiben. Das Lied Dying to figure it out, was left to say. I've been trying to write this down, but I write me off instead, my inspiration's dead, I'd lost the girl. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017